Martin Innsler hat Ihnen schon mal einen kurzen Testflug gemacht, den Martin, den hätte eigentlich in der Modellflugszene jeder, er ist ein Nachrufspilot, neun Jahre alt, das muss man immer sich mal zu Gemüte führen und der Flieger ging gar kein großer und das will er uns jetzt hier auch zeigen, wir warten jetzt noch kurz, bis der Daniel seinen Flieger volle Wagen geholt hat. Und dann geht's los, Martin Innsler, starkfrei, viel Spaß, mit kurzen Flug zur Musik, Martin, Münster, neun Jahre alt, meine Damen und Herren, er war schon der, der wir sehen bei Stefan Kahn und zeigt uns jetzt mal, was er so drauf hat, viel Spaß. Und dann geht's los, Martin Innsler. Und dann geht's los, Martin Innsler. Ja, der Martin hat seine wunderbaren Wodepunkt, zu typisch. Und dann geht's los, Martin Innsler. Das ist auch ein sehr bravender Motorfunktion, Super Sieg. Das ist ganz was, was sie nur geflogen wurden. Das ist ganz was, was sie nur geflogen haben. Meine Damen und Herren, ich lade Sie hier wirklich ein, die Emotionen freien Lauf zu lassen. Lassen Sie sich hier heute Abend mal von Ihrem Gefühl leiten. Kommen Sie mit uns mit auf eine Reise. Modellflug in der Nacht. Das ist Emotionen pur. Ich merke es auf jeden Fall. Mein Herz steckt am Hals. Vor allen Dingen, ich weiß, was noch kommt. Sie wissen es noch nicht. Aber allein das, was uns Martin Münzer hier zeigt. Power rollen in Bodennähe. Das lässt wirklich keine Wünsche offen, meine Damen und Herren. Wie gesagt, Sie sind herzlich eingeladen, die Piloten hier anzufeuern. Und vor allen Dingen, den Piloten zu zeigen, dass Ihnen das gefällt, was Sie hier für Sie zeigen. Deswegen spontane Beifallsverkundungen sind. Immer herzlich willkommen und halten Sie sich darauf nicht zurück. Da haben die Flächen gerade schon gewackelt. Eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Martin auch dann gleich zusammenkommen wird. Und wenn er hier gleich aufgesetzt hat, dann möchte ich Sie hören. Wie gesagt, neun Jahre ist er alt. Er ist schon fast bekannt wie ein Boot im Rund. Der nächste Rund. Und jetzt möchte ich Ihnen einen Applaus haben, der Herr von Martin Münster mit einem Rund auf uns gut. Ganz ganz voll. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Wirklich.